herzlich willkommen zu einer neuen folge von statue valley und sagt mein kind freut sich da der winter vorbei ist haben wir freue ich mich auf sehr viel produktives wetter immer gespannt ob man hier ist gleich die aufnahme crasht und die kartoffeln sind fertig ich halte einen dream und die radio du siehst du hast hier freie auswahl an dings ich hab brot bekommen wer hat jemand brot geschenkt wie brauche ich zwölf bei dir oben da man die ja nicht nur im keller benutzen kann so wie die scheiß es wird halt eine premium idee ich mach mal für 10 auch 16 wie gesagt ich hätte wenn ich jetzt sowieso zu dir gehe kann ich ja gerade mal mit deiner frau sprechen ich hätte gern winter als ich ein kind in die reden gemacht es war zuletzt war es rechts die kette die spielte noch weiter woanders sein platzieren mein keller gehen ich bin echt gespannt wie viel geld das bringt eigentlich wäre es voll klug wenn wir das an diesen wenn du noch was übrig lässt wobei für den sommer ich erst mal ganz viel heu anpflanzen bevor wir wirklich auf die star food seeds gehen ab in die quarry wenn hier irgendwas wertvoll ist ich habe wieder gold gefunden in der quarry was war das Lot was war so municip Ende die mich ich Ich habe ja jetzt wieder Weizen, weil ich hier noch mal überall durchjagen kann. Ich habe gerade versucht, dass ich gerade gefunden habe. Hallo, hallo. Da liegt gar nix. So, dann erstmal das durchjagen. Hast du nicht gesehen, Alex, dass ich gerade mal durchsucht habe? Hast du auch nicht. Bisschen gut, Herr Junge. Okay, was gibt es denn für eine Mission, die du angenommen hast? Äh, Cola. George ne Cola zu bringen. Krieg ich hin. Oh, guck mal, der Doktor kommt gerade raus. Perfekt. Das ist Penny, mit der muss ich sprechen. Auch nice. Was haben wir noch zu uns zu tun? Is Harley at home? Nee, Harley ist nicht at home. Ja, es gibt so viel, was ich tun muss. Nein, auch nicht at home. Zum Beispiel Kohle-Farm. Runter gehen. Einmal sprechen. Mal wieder rausgehen. Ja. Better way, war die Aufnahme, die ich dir geschickt habe in Ordnung? Ja, die war wirklich sehr gut in Ordnung. Perfekt. Freut mich nicht. Also definitiv war die hundertmal besser als das, was ich da aufgenommen habe. Oh, scheiße, die macht Seilspringen da am Baum. Klar. Natürlich. Ja, ganz alleine. Einmal hoch. Der Shen geht ja sowieso in die Knappe wahrscheinlich. Ich bin nicht. So, dann kann ich ja jetzt mal mich um die Quests kümmern. Oh, die Jojo Cola, die kriegt man ja gar nicht wirklich jetzt, wo der Jojo geschlossen hat. Doch, Müll wühlen. Ja. Und Fischen. Skelette. Und es gibt Tropical Cooking. 100 Pieces of Ginger. Ich glaube, ich mache die Cape Patrol, weil die... Ich glaube, ich mache das jetzt mit deinem Kind. Das hört sich auch falsch an. Ach. Ach. Also... Ja, du kleiner... Du kleiner Schlingel. Ja, ich glaube, ich gehe in Kohlefarben. Oder Kohle. Oben ist auch meine Frau. Ich habe schon mit der gesprochen. Ich muss mit dem Kind sprechen, was eben Seilspringen ausgeübt hat. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich bin mal ein bisschen experimentell. Ich gehe mal auf Ebene 60 anstatt wie immer nur 40. Meine Freundin steht da neben Blumen. Hi, Schatz. Okay. Ich will nichts mit mir reden. Ich will mich nur küssen. Da ist Harley. Ja. Da ist Harley. Ja. Da ist Harley. Ja. Da ist Harley. Da ist Harley. Da ist Harley. Nein, Jess ist nicht mehr da. Wo ist Jess denn? Wo ist Jess denn? Wo ist Jess denn? Wo ist Jess denn? Wo ist Jess für den? Geh mal Kohle droppen. Das ist einzig gut, warum ich in der Höhle bin. Für Kohle. Warum sind jetzt hier nur lauter die schweren Dungeons? Kack-Dungeons Oh geil, da ist Sam Das schönste an den Kack-Dungeons ist dann, wenn sie vorbei sind So, Shane sollte ja auch schon da sein Ey, ist hier alles leer Perfekt, ich habe mit jedem gesprochen, mit dem ich auch hätte sprechen sollen Ich habe noch eine ganze Inventarzeile frei, der kann schon ein bisschen fischen gehen Ja In Fallzeitbricks produktiv sein Genau Easy Oh, noch ein Niki, oder? Geil Ja, was ist denn hier? Spade Nice one Jetzt irgendwo rein zu gehen, aber Durchgang, den du nicht benutzen kannst Ist noch nie aufgefallen Da unten sind deine Kohlemonster Genau Hä? Hier oben waren noch vorher keine Ich bin gut, dass ihr welches Hier Kohlemonster spawnen Ich will euch haben, aber trotzdem Kommt der da jetzt auf einmal hin? Ich werde hier verarscht Ich werde hier verarscht Ich werde hier verarscht Ich werde hier verarscht Oh, hier ist ein Backpack Deine grüne Alge Deine grüne Alge Naja, die grünen Algen Ah, komm, Fisch Noch ein Stück höher Nein Ich habe jetzt die Scheißruhe Wegen den ich bekomme Du Scheißruhe Äh, du Scheißpicht Ich finde es auch teilweise echt beschämt, was das in den Truhen Nur nur sehr selten was nützliches findet Alter Was? Hast du da noch nie? Das frage ich mich grad auch Was? Hast du da noch nie? Ja, jetzt habe zwei miteinander ne Kronal gehangelt Ich schätze ich mal Check hier mal alle aus Ich kann nicht zertauen Ja Ja Ein Fisch würde ich theoretisch noch hinbekommen Oder auch praktisch Ich habe einen Stock bekommen Nice one Greipholz Habe ich mir schon immer gewünscht Habe ich mir schon immer gewünscht Wir alle schön abliefern Up 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 irgendwo ist auch in meiner ausrüstungs truhe oder nicht da kann ich ja die alte slingshot reinlegen und dann nicht hier ich brauche noch drei hartwut ich muss mal kurz raus haben dort kommt heute nicht meine iridium ho ist fertig ich weiß überhaupt gar nicht was mir denn das bringt was der vorteil von iridium ho ging zu anderen ich habe keine ahnung naja aber die tatsache dass ich jetzt irgendwie in irgendeiner art und weise stärker bin macht mich glücklich habe leider kein weiteres iridium sonst noch was zu verstärken überhaupt noch etwas zu verstärken ja also die achs macht definitiv noch sind aber ich habe sowieso vor alles abzugraden einfach nur weil deshalb spielfortschritt den ich mir nicht nehmen lasse und ganz ehrlich wir haben genug geld und das video brauche auch sonst für relativ wenig kann es nicht auch mal regnen es gibt da einen fisch der ist nur im frühling und nur wenn es regnet wir haben jetzt eine brille gefunden wir haben jetzt noch eine brille gefunden wir haben jetzt noch eine brille gefunden ok was was zerbrochene Kohle Brille wie bitte? ne Brille Brille ok Abigail komm her komm in mein arme nein lauf nicht weg falsche Richtung bye Caroline bye Pierre brauchst du hier das hier die ganzen Teppertsachen ne kannst du alle ja jetzt ist mal wieder nisch da ah doch ich hab ihn gefunden tschüss Maru die zwei kannst du aufheben die kann ich für Keks gefunden tschüss Maru auch Penny das ist Emily nein wegen dem Scheißleck habe ich jetzt einmal dem Emily gelernt das ist das ist tatsächlich in der Tat belastend und mit die über oder die Untertitelung. BR 2018 Der Jazz ist wieder da. Ah. Tja. Elliot. Wie viel Zeit einfach immer diese technische Routine wegnimmt. Also bei Tischerweil, die... Wie heißt das? Noch so ein paar Mal eingeklickt hab. Irgendwann hab ich die auf... Wie heißt das? Da ist meine technische Routine zu Ende. Ich kann nicht auch nur ein Ancient Seed rauskriegen, aber ich hab mich, was Ancient Seed Drop Chancen betrifft mich überhaupt nicht zu beschweren. Ich hab vor wirklich hier alles voller Ancient Seed zu hau... voll zu hau... voll zu hau... voll zu hau... Und jetzt ist auch kein großer Unterschied. Ich hab noch einige davon. Ich hab noch 23 auf Lager. Sebastian, mein Freund, are you there? Ja, Sebastian is there. Nein, Sebastian. Weiß Sebastian. So, ab zu Linus, meine alten Keule. Was geht ab? Was? Dann muss ich einmal noch schneiden zu Dress und dann kann ich wieder angeln gehen. Seed Maker Coal. Warum braucht das so viele Kohle? Ich hab jetzt auch noch die Geode um die Geode verkauft. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt bei dir falsch, ey? Ich weiß auch nicht. Ich hab hier noch so viele Steine rumliegen. Ah, natürlich liegen da. Nicht schuldig, dass hier Steine liegen, weil das der Ort ist, wo Steine eingelagert werden. Also, was... Da ist so viel Unfug teilweise drin, aber hey, hey, alles gut. Das war ein Fertig. Ich hab noch eine Sache am Überlegen, die man noch machen könnte. Ah. Guck mal, ich weiß was so. Glace, don't refine Quartz. Ich bin einfach krass. Ich bin einfach krass intelligent. Wetter. Ein Sturm. Ok, morgen regnet. Das heißt morgen kann ich meinen... Ich decht so aussagen, wenn das nur ne Verarsche ist. das heißt ich kann wenigstens mal morgen versuchen diesen fisch zu angeln der hat beide eine extrem niedrige chance also das ist auch bewusst der schwerste fisch im spiel hat doch was großes anzufangen lohnt sich recht wenig jetzt war hier die sur waffen ep als sie wirklich ganz gut für waffen ep sieht es überhaupt aus mit meinen ep waffen 8 9 auf uns tatsächlich noch am niedrigsten ich will meine setze anguck hat schon länger im ähnchen zieht also mein secret im dunkel gefunden ich ich warte schon auf dich kreis 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 déjà kreis 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 noch auf noch 40 minuten hier war linus es ist das sind jetzt schon wieder viele verarscht dort ja moin ich tisch fisch Also morgen lasse ich auch komplett meine ganzen täglichen Routinen im Stich. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeine Zeit-Eingrenzung gibt, weil man, ob es nur Zeit gibt, weil man den Fisch angeln kann. Aber ich meine, den könnte man immer angeln. Wie machen wir aus dem Ancient Seed, dem Artefakt, so ein Ancient Seed halt? Wie wandelt man die um? Als ob ich zwei hab. Alter, guck mal, ich hab schon wieder zwei Fische mit Iridium-Qualität geangelt. Ich bin einfach krass. Ja, tatsächlich ist die Chance gar nicht so setzend. Sorry, dass ich es so sage. Was ist eigentlich ein regulärer... Ich meine, die Algen hätten wir immer konsequent verkauft, oder nicht? In der Ahnung. Ja, ich hab' ne Angel im Invent... Statt die zu lagern, schmeißt einfach die Cola weg, Digga. Da will sie eben Fisch hängen. In der Tasche habt ihr Omnigode verkauft für 60. Was für ne Beschwendung, einfach. Hier ist ein Bier fertig, hier sind goldene Qualitäten. Äh, Darksein vom Grubus Alten. Jetzt wünschen wir ganz viel Glück. Wie gesagt, die Chance ist so dermaßen unwahrscheinlich. Aber ist das überhaupt der richtige Ort? Ich weiß nicht, ob das der richtige Ort für Legend ist. Ich meine aber schon. Scheiße, ich muss mal ganz schnell googeln. Ich kann dich jetzt übrigens nicht hören. Ja, google doch schneller, du Scheiß-Andy. Ja, wenn ich jetzt hier im Stress bin, dann... Dann bin ich nicht unaufgeregt. Weil ich hab' Zeitdruck. Ich will das schaffen. Und es ärgert mich, dass ich jetzt ein bisschen drücke habe. Stardew. Verli. Legend Fisch. Legend. Zehn Prozent. Zehn Prozent. Die Kondition sind alle perfekt. Oh, das ist, das ist, das ist, das ist. Hm. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zwar falsche Richtung, aber okay Scheiße Jetzt meint er mich zu verarschen Oh, ich hatte ihn eben Und dann habe ich verschissen Und jetzt habe ich ihn nicht mehr Ja, ist klar Und jetzt leckt es Dieser Leck war absolut scheiße Oh, ich hatte ihn eben schon gehabt Er ist verschissen, dann der Leck Oh, ist das ein Unglaublicher Scheiß, dieser Fisch So unnahrscheinlich ist er, aber ja Dann anscheinend nicht Oder das sind wir jetzt schon zweimal Ja, aber trotzdem Nee, sind 10% Ich habe einfach nur gerade sehr viel Glück Was den Fisch anbelangt Aber gerade das Movement Das war so scheiße Ich hätte ihn eigentlich gekriegt Aber auch ihn zu angeln Ganz ehrlich So schnell wie er sich bewegt Da kann man niemandem was von erzählen Das ist ebenfalls Glück Vielen Dank Falsche Richtung, du scheißidiot Ey, dieser Bug Der ist auch real Wieso bewegt dich der Charakter? Es macht so wenig Sinn Ich habe nicht in diese Richtung gedrückt Aber Aktion Großen Unterschied Da, wenn du auch schon Du da angibst Fishing Tackle Er ist worn out Eigentlich nicht Aber es ist halt trotzdem so beschissen Dieser Bug Wie sie jetzt kriege ich ihn ganz oft hintereinander nicht Ich hatte gerade eben einfach nur Glück 10% Jeder 10. Fisch sollte theoretisch der sein Ja Aber auch selbst wenn nicht Ich würde auch nochmal schätzen 10% Da ich den Fisch überhaupt kriege Weil der ist einfach nur pervers Das Ding ist Du könntest mir auch gar nicht helfen Weil du musst der Fisch in der Beziehung sein Wenn du den angeln willst Ja eben Ja eben Untertitelung des ZDF, 2020 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 er hat kann gewähnt werden er steht auch so wie sie angehen kann das ist gerade eine giga verarsche was ganz ehrlich sagen der fisch ist mir wichtiger als jetzt die 1000 g die ich jetzt verliere wenn wir umkippen haben sowieso genug geld doch kein art ist wenn man so das zeitlimit nicht schaffen doch nur die items ist das so okay dann gemacht mich auf ich dachte man würde nur alte zu leben wenn man der mine umfällt aber auch selbst wenn es ist vorbei ich habe den spart nicht aber immer noch hier beim das ist so unbefriedigend ich hatte ihn schon dann habe ich erst verschissen und dann habe ich halt dreimal pech gehabt das ist so ein riesen scheiß wirklich ja spende die folge ciao 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 ciao